. 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 Die letzte Folge war so eine reine Lucky Blocks Folge, obwohl so lange waren wir jetzt auch nicht über Lucky Blocks, aber ja, diese Folge wieder wie immer 5 Lucky Blocks, obwohl ich sonst eigentlich mehr mache, aber so, obwohl Leute machen es anders, 5 Lucky Blocks sind scheiße, okay, damit mehr dauert 5, das wollte ich natürlich nicht. Eigentlich würde ich sonst very Lucky Blocks geben, aber geht nicht. Oh, wie kommt denn, das war ganz im Ernst. Knopfzocker? Ja. Knopfzocker? Ja. Glocken aber nichts. Nichts besonderes. Schade eigentlich, feuerbewusst sind, sagen wir. Und es ist nicht. Ja. Egal. Voll die Hose weg. So. 5 Lucky Blocks. Eine Hohne Schaufel. Okay, eine Schaufel vielleicht, aber eine Hohne. Oh, eine Hohne Schaufel. Oh, eine Hohne Schaufel. Lucky. Oh, sie haben einen. Oh, da. Ich würde sie auch vermehren, aber weizern. Aber okay, das ist schon wieder zu viel. Wir müssen logisch denken. Ah, wir brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nichts. Ich will noch mehr. 10 pro Folge. Okay, wir machen mal 10 pro Folge. 10 pro Folge ist das perfekt. 2. Soweit ich weiß. Und ja. Das ist schon mal super. So. Juhu. Ja. Oh mein Gott, ja. 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 Pickaxe. Jetzt haben wir eine geile Pickaxe. Und die ist super nutzig. Ja. Okay, wir... Ja. Ja. Richtig viel. Vielleicht können wir dann... Wir sind ja die Herrscher. Wir müssen ja auch eine Herrscher aufschreiben. Wir müssen ja die Herrscher aller Monster... Wir müssen ja die Herrscher aller Monster... Wir müssen ja die Herrscher aller Monster... Wir müssen ja die noch erkennen. Oh... So. Alles kommt. So. Gold natürlich auch. Gold natürlich auch. So, äh, das geht's auf jeden Fall weg. So, so. So, 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 so. Vielleicht sollte ich jetzt noch Dings... Ähm, es ist nicht wichtig, dass ich das mache. Ähm, Game... So, und jetzt, jetzt machen wir weiter. Ja, ich hab gar nichts gesehen. Gar nichts. Ein bisschen... So, okay, jetzt noch das größte Dings. Oh. Ne, ich will auch ungern zu Sachen, ne? Oh, Toffeln. Egal. Oh, oh, Kartoffeln. Oh, Baggy-Kartoffeln. Enttürennen wir uns. Obwohl, oh. 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 So schlecht ist das gar nicht. Oh, das war's. Oh. Das ist schon was zu machen. Oh. 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 Dank wenn wir es los. Und auf jeden Fall ein paar Kartoffeln fressen. Das ist ein Nussgeil. Okay, jetzt bauen wir weiter. So, mal los. Leute, guck mir wieder gern. Während er sitzt. So einer hat... Er hat auch noch so einen Boss. Kein anderer hat so einen Hund. Komm, ihr könnt auch gleich mit. So, ich wollte ihn nicht. Wollte ihn ja auch nicht. Kommt alle mit. Ihr seid meine Geisterhunde. Obwohl ihr keine Geister seid, aber egal. Meine Geisterhunde. Okay. Was verkaufst du? Ein Lucky Sword mit 6 Hülfen. Da hab ich ein 10. Technisch. Ne, hat unser Infinity... Oh ja. Frame Punch. Und... Hede. Koch scheiße. Aber ich glaube der ist besser. Oh, Power Punch doch ist besser. Punch unter 1. Ah, Power. Obwohl 20. Sieht so aus. Egal. Wir bauen jetzt weiter. Und... Ja, Leute. Dann bauen wir mal an. Oh, jetzt kommen wir schon an die Wand. Wow. Und wir können jetzt erstmal die Scheiße hier abbauen. Um, dann können wir für die anderen Blöbeles. Wand verwenden. Und... Ich will den rein. Und da brauchen wir auch ein paar. Das ist auch ganz nützlich. Let's go! Let's go! Moment mal. Ich weiß halt nicht, komm. Mach du halt nicht. Let's go. Let's go. Okay. Ich bin der Mero. 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 Aber es gibt einen Mero. Ich hab das mal von den Mero. Ich hab das als sieben Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Der Mero in der Mero title wird. So größer als das wird unser Schloss, würde ich mal sagen. Wir wollen jetzt keine Wilder, wir wollen ein geiles Schloss. Das ist der coolste Raum, den ich jemals hatte. So. So. Ja. So, unser Schloss ist schon richtig, unser Schloss ist schon richtig cool eigentlich. So, ähm. So, Michael, wir haben doch jetzt eine Waffe. Was machen wir? Wir haben jetzt die geile Waffe veröffentlicht. Komm, das wird jetzt gleich laufen. Alles zum Teil brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. So, wir können jetzt nicht hier einfach, wie wir wollen, Leute abschließen. Zack. Cool. Also. Wir sind, oh. Wir sind Arschlöcher, Leute. Was erwartet ihr, dass ich nun diese Hunde jetzt lief habe oder was? Wir sind Arschlöcher. Wir müssen am wirklichsten sehen, Arschlöcher sein. Um dieses Schloss regieren zu können. Wir haben noch keine Untertanen, kann man sagen. Deswegen müssen wir welche kreieren. So. Wir haben hier eine Schicht. Können wir den da hinten angreifen? Ich habe mal so eine Frage. Oh ja. Wie cool ist das? Oder doch nicht, keine Ahnung. Ecker. Ah, nicht alles. So. 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 Ich will ein bisschen mehr sein. Das ist das ganze Klappe. Ich bin ganz müde. Ich brauche ihn nicht. Brauche ich 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 nicht. Okay, ähm. Warte, haben wir noch eine Schaufel? Ja. Oh mein Gott. So. Und die Rest noch hier am Schloss. So. 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 So.